Mit diesen Reifen kommst du sicher durch den Winter. Herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes. Heute geht es mal um das Thema Winterreifen. Und wir schauen uns jetzt erst mal den theoretischen Aspekt zu Winterreifen an. Also warum gibt es überhaupt Winterreifen jetzt auch fürs Fahrrad? Wir kennen es alle vom Auto. Da gibt es die Regel von O bis O, sollte man die Winterreifen draufziehen. Allerdings die Winter haben sich ja auch mittlerweile schon ein bisschen verändert. Klar, wenn man in wirklich schneereichen Regionen wohnt, dann hat das alles noch Hand und Fuß. Aber mittlerweile ist es halt wirklich so, dass gerade hier jetzt auch bei uns im Süden von Deutschland die Winter gar nicht mehr so streng sind, beziehungsweise so schneereich sind. Und da werden wir heute mal einen Überblick starten über verschiedene Winterreifen. Indem wir allerdings auch drei verschiedene Arten von Winterreifen mal ein bisschen genauer uns anschauen. Also brauche ich denn wirklich so diesen klassischen Schneereifen, den es damals auf jeden Fall schon immer gab mit Spikes, der wunderbaren Halt auf Eis hat? Oder langt es da vielleicht einen Allwetterreifen aufzuziehen, der ja auch bei Autos mittlerweile sehr beliebt ist? Also große Hersteller bieten mittlerweile auch Allwetterreifen an. Und da brauche ich mich gar nicht mehr darum kümmern, ob ich denn jetzt wirklich Winter- oder Sommerreifen habe, sondern ich habe einen Reifen, den ich das ganze Jahr über fahren kann. Und solche Arten von Reifen soll es heute mal gehen. Wir fangen allerdings an mit dem Klassiker und zwar mit dem Spike-Reifen. Da müssen wir uns natürlich die erste Frage stellen, was ist überhaupt ein Spike-Reifen? Viele von euch da draußen werden das vielleicht nicht kennen, aber Spike-Reifen heißt Spitzerreifen sozusagen oder Reifen mit Spitzen. Und das haben wir hier. Wir haben hier einen Reifen, in dem kleine Metallteile eingearbeitet sind, die so ein bisschen, ja es sind jetzt keine Nägel, sondern es sind einfach so flache kleine Metallteilchen, die da eben in diesem Gummi mit drinnen sind. Und die helfen uns, ein bisschen Grip aufzubauen. Der Grip ist allerdings nur dann gegeben, wenn es wirklich Schnee oder Eis hat. Also bei einer richtig großen Eisschicht zum Beispiel, da helfen die auch nicht so viel, aber auf jeden Fall, wenn es ein bisschen leichtes Eis hat, beziehungsweise wenn es Schnee hat, dann könnt ihr hiermit schon nochmal ein bisschen besser Grip erzeugen. Denn diese kleinen Metallteile, die bohren sich richtig schön ins Eis rein oder in den Schnee rein und dadurch erzeugt ihr den Grip. Der erste Reifen ist der Schwalbe Winter Plus, Marathon Winter Plus. Was heißt das alles? Also Marathon ist natürlich ein Tourenreifen, gibt es in verschiedenen Größen. Da bitte dringend gucken, dass der auch auf eure Felge passt. Der Winter Plus ist der mit den meisten Spikes. Es gibt da noch einen, der heißt Winter, der hat ein bisschen weniger Spikes, der ist dann vergleichbar wie dieser Continental, den wir auch noch haben. Aber wir haben hier einfach eine andere Gummimischung, die für den Winter ein bisschen besser ist. Das heißt, er ist ein bisschen weicher. Er verhärtet nicht so schnell im Winter, denn es gibt bei Reifen ein großes Manko und zwar die Gummimischung wird, je kälter es wird, umso härter. Und hier ist eben die Gummimischung so gewählt, dass er trotzdem auch bei niedrigen Temperaturen noch relativ geschmeidig bleibt. So kann er einfach besser um Hindernisse rum oder so kann er besser sich abrollen. Dann haben wir natürlich einen Marathonreifen. Das heißt, wir haben hier einen guten Pannenschutz mit an Bord. Und dann als Krönung eben die Winter Plus sind die Spikes. Und die helfen uns hier bei diesem eher im, ja ich sage mal, richtig groben Winter schon richtig gut. Und wer das dann ein bisschen moderater haben will, der kann sich dann den normalen Winter mal ansehen. Und nicht nur Schwalbe hat solche Spike-Reifen im Angebot, sondern auch Conti. Und hier haben wir auch wieder die Wahl zwischen zwei verschiedenen. Wir haben einmal den mit 120 Spikes drinnen, das ist dieser hier. Also der ist dann eher schon, wenn ihr das wirklich im Pendelmodus einsetzt, also wenn ihr viel auch auf der Straße fahrt und ihr möchtet nicht die ganze Zeit dieses Geklapper der Spikes auf der Straße hören, dann macht es Sinn, eher die mit weniger zu nehmen. Und hier ist es auch so, wir haben hier einen mit 120 und einmal mit 240 Spikes. Also alle, die wirklich in sehr schneigen Regionen wohnen, immer die mit den Mehrspikes wählen. Was ist der Vorteil jetzt von denen mit weniger? Ihr habt einfach weniger dieses Geräusch der umlaufenden Spikes. Also es kann schon hart nervig sein, wenn man fährt und man hört die ganze Zeit dieses Geklapper. Das mag nicht jeder und es ist auch echt nicht angenehm, weil das hört sich wirklich sehr laut an nach einer Zeit. Und deswegen gibt es jetzt auch mittlerweile diese Versionen mit etwas weniger. Wer jetzt übrigens Angst hat, dass diese Dinger irgendwann mal rausfallen oder beziehungsweise verschleißen, es gibt extra nochmal Nachrüstsätze für diese Reifen. Also bei Conti weiß ich es nicht auswendig, bei Schwalbe weiß ich es auswendig. Da könnt ihr diese Spikes auch nochmal einzeln nachrüsten. Also ihr könnt euch einen Satz Extra-Spikes holen, da ist sogar noch ein Werkzeug dabei. Und dann könnt ihr die dann ersetzen, beziehungsweise dann eben austauschen, wenn die denn mal verschlissen sind. Denn solche Dinger verschleißen, wenn ihr ohne Schnee und ohne Eis fahrt. Das heißt, wenn ihr auf der normalen Straße fahrt, ihr habt hier nicht nur das Geräusch, sondern ihr habt hier auch ein bisschen mehr Verschleiß. Nicht vom Reifen, sondern von diesen Spikes. Ein großer Aspekt von Winterreifen ist natürlich auch bei frischem Schneefall. Also wie verhält sich ein Reifen, wenn es gerade frisch geschneit hat? Wenn es jetzt frisch schneit, dann ist der Schnee meistens ein bisschen bappiger. Und da haben wir jetzt hier auch so eine gewisse Einschätzung zu diesen beiden Reifen. Wenn wir uns nämlich mal das Profil anschauen, dann haben wir hier zwei verschiedene Profilarten. Wir haben beim Conti ein eher engmaschiges Profil, beim Schwalbe hingegen ist es ein bisschen offener. Und wenn man so die Selbstreinigung eines Reifens mal anschaut, dann reinigt er sich besser, wenn er ein etwas offeneres Profil hat. Also rein nur von der Vermutung her würde ich sagen, dass der Schwalbe sich ein bisschen besser auch bei Schnee fährt als der Conti. Der Conti ist eher dann so einer, wenn es nur nass ist. Der Schwalbe dafür auch, wenn es ein bisschen mehr Schnee hat, weil er einfach ein bisschen griffigeres Profil hat und sich das besser selber reinigen kann. Das ist aber nur eine Vermutung. Wenn du da draußen jetzt seit einem von diesen beiden Reifen schon mal gefahren bist, dann schreib das bitte gerne in die Kommentare. Denn ich persönlich bin sie noch gar nicht gefahren. Aber ich würde es wirklich interessieren, ob sich das bestätigt, was ich hier vermute. Also wenn einer schon mal den Schwalbe oder den Conti gefahren ist, bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Weg von den Spezialisten für Schnee und Eis hin zu den Spezialisten für Matsch und Schnee. Also der klassische Winterreifen, wie ihr ihn auch vom Auto kennt, damals noch mit M plus S gekennzeichnet, jetzt mittlerweile mit einem Alpin-Symbol, haben wir hier jetzt nicht. Es steht einfach nur auf der Packung Winter drauf. Und hier haben wir einen Vertreter. Ich sage noch nicht, wir haben auch noch einen zweiten, aber der kommt gleich noch. Der Vertreter für den klassischen Winterreifen hier bei uns jetzt hier ist der Top-Kontakt Winter 2 Premium von Conti. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Kommen wir zu dem Reifen selbst. Was hat er denn jetzt für Vorzüge gegenüber dem Spike-Reifen? Ganz klar, es fehlen die Spikes. Das heißt, wenn ihr in einer Region wohnt, wo nicht so viel Schneefall bzw. Eis vorherrscht, dann habt ihr hier die Möglichkeit, einen expliziten Winterreifen zu nehmen, mit dem super pendeln zu können, ohne dass ihr dieses störende Geräusch der Spikes dauernd habt, aber der auch bei niedrigen Temperaturen noch super funktioniert. Denn hier ist eine komplett andere Gummimischung drin als bei den klassischen Sommerreifen, kann man sagen, oder normalen Reifen, die für den Sommer gedacht sind. Der fängt an, nicht unbedingt hart zu werden, wenn es 7, 8 Grad hat, sondern der geht auch in Minustemperaturen noch runter, sodass ihr da auch noch einen ordentlichen Grip habt auf der Straße. Und warum ist es Matsch und Schnee? Ganz einfach, wenn man sich das Profil anschaut. Wir brauchen bei Matsch und Schnee ein Profil, was das Wasser verdrängt, denn ihr fahrt über eine Schicht von meistens relativ viel Wasser und da muss das Wasser irgendwo weg von eurer Lauffläche. Und das seht ihr hier schon, wir haben keine durchgängige Lauffläche, sondern wir haben Kanäle, die alle so seitlich weg zeigen. Wir haben eine Laufrichtung, ihr müsst die natürlich auch richtig drauf bauen und dann kann das Wasser auftreffen und kann nach außen hin weggeschoben werden. Und das ist eben der Vorteil von diesen Winterreifen, nicht nur, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen gut funktionieren, sondern dass sie auch eine gute Wasserverdrängung haben. Und das ist auch das Wichtige, gerade bei Schneematsch, bei sehr viel Regen, wie ja heutzutage leider die Winter immer mehr sind. Also dieser klassische Winter, ich sage jetzt mal, im größten Teil Deutschlands, den gibt es ja fast gar nicht mehr. Das handelt sich meist um zwei, drei Wochen. Aber der Rest, also wirklich monatelang Winter haben wir meistens eh nicht. Also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr einen Spezialisten für den Sommer habt, gerade auf eurem Lieblingsrad, mit dem ihr vielleicht pendelt, da dann auch wirklich zu sagen, okay, jetzt werden die Temperaturen etwas geringer, dann wechsle ich den Spezialisten vom Sommer auf den Spezialisten vom Winter. Jetzt kommen wir noch zu einem Reifen, den wollen wir euch nicht vorenthalten, aber da gibt es so ein paar Bedenken. Und zwar handelt es sich um einen Pirelli Angel WT Urban. Gehen wir mal kurz den Namen durch. Angel ist quasi die Serie, das heißt SUV, beziehungsweise so ein bisschen breitere Reifen. Dann WT steht für Winter und Urban steht ganz klar für den städtischen Einsatz, also jetzt nicht unbedingt für das griffigste Profil auf irgendwelchen Feldwegen. Und wenn wir uns das Profil ansehen, dann sehen wir es auch gleich. Also ihr seht hier große, ja solche Öffnungen, damit das Wasser gut raus kann, aber ansonsten ist da jetzt nicht viel Profil drauf, wo man sagt, damit möchte man unbedingt im Winter auch über einen Feldweg fahren. Also das ist wirklich ein klassischer Stadtreifen, ist angelehnt an einem Motorradreifen. Also Pirelli kennt man ja aus den Autos, beziehungsweise aus den Motorradregionen und da ist es jetzt so, dass sie sich das Design eines Motorradreifens auch aufs Fahrrad adaptiert haben. Allerdings Pirelli, ich verstehe nicht ganz, was das soll. Ihr habt beim normalen GT, habt ihr einen Reflexstreifen an der Seite drauf und wenn wir uns diesen Reifen jetzt mal anschauen, explizit einen Winterreifen, was sehen wir? Wir sehen nichts. Also wir haben es jetzt wirklich mal probiert, dass wir irgendwas reflektieren lassen wollten, das hat nicht geklappt. Also wir finden hier keinen Reflexstreifen drauf und gerade im Winter, wenn die Tage früher dunkel werden, macht ein Reflexstreifen auf jeden Fall Sinn. Denn gerade auch im urbanen Gelände, wo dieser Reifen sich ja zu Hause fühlt, da sollte es dann doch schon sein, dass ihr von Autos gesehen werdet, wenn es selbst 17 Uhr schon dunkel wird. Also von dem her, da darf Pirelli glaube ich noch ein bisschen nachbessern. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht eine Vorserie ist, wo der noch fehlt, aber wir haben auf jeden Fall jetzt nichts gefunden, was da reflektieren sollte. Ansonsten ist es ein echt schöner Reifen, ist angelehnt an einem Motorradreifen. Also wenn ihr diese Optik bevorzugt, dann könnt ihr euch den mal überlegen, aber ich würde erst mal warten, bis die da einen Reflexstreifen drauf machen. Weg von den Winterreifen hin zu Ganzjahresreifen. Wie ihr im Autobereich wahrscheinlich auch schon gesehen habt, ist es immer häufiger der Fall, dass Reifen das ganze Jahr über gefahren werden können. Das hat einfach nur den Grund, die Winter sind nicht mehr so streng. Klar, wenn du in Regionen wie Österreich in den Bergen wohnst, da solltest du gefälligst schon noch Winterreifen fahren. Aber gerade hier bei uns in Deutschland ist es doch so, dass man sagt, ein Ganzjahresreifen macht Sinn, der funktioniert im Winter als auch im Sommer. Er kann beides nicht so gut wie jeweils ein Spezialist in diesen Jahreszeiten, aber er hilft dir einfach dabei, dass du nicht ständig die Reifen wechseln musst. Also nicht immer von Sommer auf Winter wechseln musst. Und dieser Trend ist mittlerweile eben auch beim Fahrrad angekommen. Das heißt, wir haben von den meisten großen Herstellern jetzt Ganzjahresreifen, die Four Season nennen die sich meistens, die in allen Situationen gut funktionieren. Nicht perfekt, da gibt es dann die Spezialisten, aber sie funktionieren relativ gut. Und es gibt natürlich einen kleinen Nachteil. Sie verschleißen eher ein bisschen schneller, weil sie halt eben alles abdecken müssen. Der Gummi ist jetzt nicht ultra hart für den Sommer oder halt eben irgendwie eine spezielle Mischung, sondern sie bleiben, egal in welcher Situation, geschmeidig. Dadurch reiben sie sich ein bisschen schneller ab. Allerdings auch fährst sie ja auch dann Sommer wie Winter und dadurch bringst du natürlich auch mehr Kilometer drauf. Aber für alle diejenigen, die sagen, sie wollen dieses Reifenwechsel-Thema Adapter legen, für die sind die Ganzjahresreifen auf jeden Fall ein Zugewinn. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ihr euch ein aktuelles E-Bike gekauft habt, dann kann es sein, dass die sogar schon ab Werk drauf sind. Also wir haben verschiedene Hersteller im Angebot, die mittlerweile diese 365 Versionen von Schwalbe auch schon mittlerweile verbauen. Und da haben wir zwei prominente Beispiele. Wir haben einmal den Johnny Watts 365. Der ist eher so der SUV-Reifen. Und wir haben den Klassiker, den Marathon 365. Und wenn wir uns jetzt die Profile anschauen, dann unterscheiden die sich schon ganz gewaltig. Also wir haben einmal beim Johnny Watts eher so dieses Offroadige Profil. Das ist analog zum normalen Johnny Watts, der ja dann eher auf SUV-Bikes auch im etwas, ja nicht groben Gelände, aber halt auf Feldwegen beziehungsweise schon dem einen oder anderen ganz leichten Trail gefahren wird. Und dann haben wir den Klassiker unter den Tourenreifen. Das ist der Marathon. Und hier jetzt eben auch in einer Version, die einfach ein bisschen mehr Wasser verdrängt. Gerade im Winter ist das wichtig. Und die aber trotzdem von der Lauffläche her dann doch noch so viel Ruhe und Komfort bietet, dass der auch noch gut auf der Straße läuft. Also diese beiden Versionen gibt es von Schwalbe als Ganzjahresreifen. Und wenn ihr da nicht mehr wechseln wollt, dann könnt ihr euch bei Schwalbe hier umschauen. Und gibt es in allerlei Größen. Ihr seht schon, wir haben hier einen kleinen Vertreter, 20 Zoll, richtig gut auch fürs Cargo-Rad. Also beim Cargo-Rad ist es ja so, dass man sagt, man will ja so wenig wie möglich an dem Ding rumbasteln, weil es einfach super schwer ist. Hier habt ihr die Möglichkeit, einen Ganzjahresreifen draufzuziehen. Vor allem, wenn ihr das auch im Winter nutzt, ist das auf jeden Fall ein Zugewinn. Und gerade wenn ihr auch Pendler seid mit SUV-Rädern, schaut euch den Johnny Watts ein bisschen genauer an. Wir haben hier trotzdem noch eine Lauffläche, die einigermaßen gut auf Asphalt läuft. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr da einen absoluten Mountainbike-Reifen erwarten müsst, sondern wir haben hier die Lauffläche, die ist sehr engmaschig nach außen hin, aber dann auch wieder diese Lamellen, dass es einfach gut nach außen abgedrängt wird. Und das Schöne ist bei diesem Reifen, wir haben auch noch die Seitenstollen relativ groß ausgearbeitet. Das heißt, wenn ihr in Kurven euch bewegt, gerade im schneigen Bereich, dann habt ihr hier auch noch Grip. Ich bin damals den normalen Johnny Watts schon sehr gerne im Schnee gefahren, der hatte da extrem viel Grip. Allerdings wurde der halt da auch extrem schnell hart. Und hier ist es jetzt so, Gummimischung passt, das heißt, er wird auch noch ein bisschen geschmeidig bleiben. Kommen wir zu einem weiteren großen Hersteller im Fahrradbereich und das ist Maxxis. Und bei Maxxis hat man sich gedacht, warum nicht einfach einen Compound einführen, der sich durch die Trekking-Touring- beziehungsweise auch durch die Cargo-Reifen einfach als All-Season, also quasi als Ganzjahresreifen zieht, ohne dass man es explizit ausschreiben muss. Und da gibt es im Trekking-Touring-Bereich die Metropass-Reihe. Die hat jetzt drei verschiedene Reifen. Das ist einmal der normale Metropass, einmal der Metropass AT und einmal der Metropass Pro. Hier haben wir jetzt die Pro-Variante als Beispiel. Ihr seht schon, das ist ein klassischer Trekking-Touring-Reifen. Also wir haben hier keine besondere Struktur oder besonderes Winter-Outfit sozusagen vom Profil, sondern wir haben hier einen klassischen Reifen, der allerdings auch bis hin zum Schneematsch super funktionieren soll. Also wir haben eine hohe Wasserverdrängung durch die Seitenlamellen, aber der Compound, also quasi die Gummimischung des Ganzen, ist so gestaltet, dass sie von Minusgraden bis hin zu Plusgraden einfach funktioniert. Und ihr müsst hier nicht explizit auf einen Winterreifen bzw. auf einen All-Season-Reifen gehen, sondern alle Metropass-Modelle haben das, selbst der Standard. Wenn ihr jetzt hier noch ein etwas gröberes Profil haben wollt, könnt ihr den Metropass AT nehmen. Das ist dann quasi ein All-Terrain-Reifen, der ist so ein bisschen wie der Johnny Watts 365. Aber hier seid ihr halt schon auf der sicheren Seite, weil ihr habt hier schon diesen Four-Seasons-Compound. Und ich habe ja gerade vorhin schon gesagt, analog dazu gibt es auch noch die Cargo-Reifen. Die haben das übrigens auch. Also wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Cargo-Reifen seid und ihr wollt einen Ganzjahres-Reifen, dann könnt ihr euch auch bei Maxis einfach durch die Bank bedienen, denn die haben alle diesen Four-Seasons-Compound. Kommen wir zu einem Hersteller, der eher im Autobereich bekannt ist, und zwar Fredestein. Die bauen mittlerweile auch einen saisonalen Reifen, also quasi einen Ganzjahres-Reifen. Und das ist der Perfect Four Seasons Extreme Protection. Hier sieht man schon, auf was es dem Reifen ankommt. Also wir haben einen Ganzjahres-Reifen, das ist der Perfect Four Seasons. Und Extreme Protection heißt, wir haben hier einen sehr hohen Durchschlagsschutz, beziehungsweise einen hohen Pannenschutz. Und wenn wir uns das Profil mal ein bisschen anschauen, dann haben wir hier schon mal im Vergleich zu den anderen Reifen ein etwas verändertes Profil. Wir haben in der Mitte eine sehr engmaschige Lauffläche, also da sind nur so lauter so kleine Kanäle mit drin. Und wir haben außen hin ein etwas raueres Profil, beziehungsweise auch die etwas dickeren Kanäle, bis hin zum Seitenstollen, der dann ein bisschen erhöht ist. Was bringt uns das jetzt alles? Wir haben in der Mitte die Lauffläche, das heißt, wir haben hier eine sehr enge und dadurch auch eine etwas leisere Lauffläche. Das heißt, ihr habt nicht dieses Hubbeln die ganze Zeit oder ein Geräusch, sondern ihr fahrt hier eigentlich auf einem eher slickartigen Reifen und das reduziert schon wahnsinnig die Geräuschkulisse beim Reifen. Und wenn wir uns dann in die Seite legen, dann haben wir hier über die Seitenstollen dann doch relativ viel Halt und die Wasserverdrängung schaut mir hier auch relativ ordentlich aus. Also es ist auf jeden Fall ein interessanter Reifen, kannte ich vorher noch überhaupt nicht. Wenn ihr da draußen diesen Fredestein schon mal gefahren seid, bitte ab damit in die Kommentare, wie er sich fährt und ob das wirklich ein Geheimtipp ist für den Ganzjahresreifen. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir sind gespannt, wie sich der so schlägt. Dann haben wir noch einen Tipp für alle Rennradfahrer unter euch. Ich denke mal, die meisten werden diesen Reifen schon kennen, aber das ist der Grand Prix Four Seasons. Das ist quasi der Grand Prix, ist ja der Rennradreifen von Conti und hier haben wir den Four Seasons. Das heißt, wir haben einen anderen Compound, der auch bei Kälte noch relativ gut Grip erzeugt und wenn wir uns das Profil anschauen, dann sehen wir schon, wir haben eine erhöhte Wasserverdrängung. Das ist hilfreich, wenn es ein bisschen nass noch draußen ist, vielleicht noch ein bisschen tauig oder halt eben ein bisschen nass noch vom Vortag. Ihr solltet aber trotzdem ein bisschen vorsichtiger sein. Also gerade bei Schnee und Eis solltet ihr nicht unbedingt mit eurem Rennrad raus, aber ich denke, das brauche ich euch hier nicht vorbeten, das wisst ihr selber. Aber wer dann im Winter trotzdem auf seine Trainingstage nicht verzichten will und sind wir ehrlich, in der heutigen Zeit haben wir sehr häufig auch Tage, wo es gerade schönes Wetter ist und alles einigermaßen trocken und dann kommen so ein paar Pfützchen oder sowas, dann seid ihr mit diesem Reifen auf jeden Fall auf der sicheren Seite unterwegs beziehungsweise auch dieser Compound macht einfach den Reifen noch ein bisschen griffiger als wie wenn ihr mit einem reinen Sommerreifen fahrt. Das ist auch gut bei Trainings, also für Trainings, wenn ihr den wirklich übers Jahr über auf euren Trainingsrat setzt, ist das auch eine gute Wahl. Ihr seht schon, wir sind da mittlerweile, wo die Autoindustrie auch schon seit ein paar Jahren ist, dass wir viele Möglichkeiten haben, uns genau auf unseren Einsatzbereich zu spezialisieren. Das ist auch gut so, beziehungsweise ist es auch nicht gut so. Nicht gut ist es, weil es halt einfach genau so viele spezielle Lösungen gibt und da kann es auch mal sein, dass man sich ein bisschen vergreift. Aber gut ist es auch, dass man auch für spezielle Situationen, wie zum Beispiel hoch oben in den Bergen und ich möchte da mit meinem Rad fahren, kann ich mir einen passenden Reifen dafür holen. Oder wenn ihr draußen als Pendler einfach euch wirklich spezialisieren wollt, ihr wollt einen perfekten Sommerreifen als auch einen perfekten Winterreifen. Und all diejenigen, die das nicht selber machen wollen, also die sagen, ich will zwar Winter wie Sommer durchfahren, aber ich möchte nicht immer ständig Reifen wechseln. Für die haben wir jetzt auch die Ganzjahresreifen. Und das ist eben auch das Positive. Das heißt, für jeden ist eigentlich der richtige Reifen dabei. Und wenn du jetzt zu deinem neuen Reifen auch noch ein Rad suchst, wende dich an uns. Wir sind ein Fahrradladen, wir beraten dich in einem einstündigen Beratungsgespräch für das perfekte Fahrrad, das genau zu deinem Einsatzzweck passt. Und hier auch nochmal der Aufruf, solltest du einen Reifen aus diesem Video beziehungsweise einen anderen Ganzjahresreifen oder Spezialisten für Winter gefahren sein, dann ab mit deinen Erfahrungen in die Kommentare. Wir wollen hier so viel wie möglich abbilden und deswegen brauchen wir euch da draußen. Egal welcher Reifen es dann letztendlich für dich wird, wünsche ich dir auf jeden Fall einen rutschfreien Winter mit deinem Fahrrad. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.